so die große vorhalle da ist ein hat da sitzt doch ein heini ok wenn ich jetzt wüsste was das für einer ist ein knochen für skeletor hä skeletor sind wir hier bei he-man he-man skeletor wo ist denn jetzt bitte da schön der vergleich zu ziehen knochen für skeletor ja 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 ja